Mindestgeschwindigkeit 50 Knoten, bis zu 60 Knoten, um die Stabilität um die Hochachse zu gewährleisten, okay, jawoll. So, sind wir eh schon schön glach, oder? Zu hoch sind wir, okay, dann müssen wir noch ein bisschen runter. Keines Flugplatz, Oscar Eco Kilo Romeo Eco Servus. So, und jetzt wird der Boden schneller. Oscar Romeo Eco Kilo Servus. Oscar Eco Kilo Romeo Eco, verantwortlicher Pilot Duhmeier, Mitglied Nr. 168, ja bitte Abfluginformationen für Flug nach Linz. Zum Rollheilich 1 1, melde Abflugbereit. Melde Abflugbereit am Rollheilich 1 1, Oscar Eco Kilo Romeo Eco. Schwierigkeit, ah es kommt an. Boden-Effekt. Gerard g있gelост umsonst, auf das geht in Rad. Überhaupt Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020